Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch meine Neuzugänge aus dem März zeigen. Ja, im März sind 28 neue Bücher bei mir eingezogen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das passieren konnte. Denn eigentlich war das so nicht geplant. Und auf der einen Seite schäme ich mich ein bisschen. Und auf der anderen Seite fühle ich mich wie der glücklichste Mensch auf diesem Buchplaneten. Also irgendwie ganz komisch. Also ich bin, ja, wie gesagt, war tatsächlich nicht so geplant. Ich hatte ein paar Bücher vorbestellt für den März. Das war es eigentlich. Und ich dachte auch, dabei bleibt es. Und mehr Bücher dürfen es auch nicht werden. Weil ja Februar und Januar schon etliche Neuzugänge bei mir eingezogen sind. Und dann dachte ich mir, nee, also im März reißt er dich wirklich zusammen. Ja, hat nicht funktioniert. Naja, egal. Auf jeden Fall, es hat nicht funktioniert. Wir können darüber jetzt philosophieren, warum es nicht funktioniert hat. Vermutlich einfach, weil zu viele neue Bücher rausgekommen sind und zu viele Angebote auf mich gelauert haben. Und ich Nein sagen nicht gut kann. Und ja, deswegen starten wir jetzt auch mit den ersten Büchern, die ich euch zeige. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, wir fangen an mit einer Reihe. Die habe ich gebraucht gekauft auf Facebook in einer Buchgruppe. Und für den Preis konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und zwar ist die Rede von diesen Büchern. Und zwar ist das einmal die Reihe rund um Skandal. Und ja, von Anna Gottbersen aus dem Lyx Verlag. Das ist ein New Adult historischer Roman, glaube ich. Und ja, das sind alle vier Teile. Also einmal, wie gesagt, Skandal. Dann haben wir hier Rumors. Dann haben wir Secret. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Gossip. Ja, um was geht es denn jetzt eigentlich bei diesen Büchern? Gute Frage. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Denn ich habe den Klappentext vor Ewigkeiten gelesen von Band 1. Und das ist dieser hier. Und dann war es irgendwie um mich geschehen. Denn ich wollte diese Bücher unbedingt lesen. Aber es kam nie dazu, dass ich sie kaufe. Und jetzt habe ich, wie gesagt, einen Schnapper gemacht. Und gleich alle vier auf einen Streich sozusagen eingefangen. Und ja, wie gesagt, ich lese euch mal vor, um was es geht. Mädchen, die in schönen Kleidern nächtelang feiern. Junge Männer mit verführerischen Lächeln und gefährlichen Absichten. Das ist die Welt, in der Elisabeth und Diana Holland leben. Eine Welt voller Luxus und Vergnügen, aber auch Intrigen und Verrat. Denn in der High Society Manhattans kann ein Skandal den Abschluss, Ausschluss bedeuten. Eigentlich kennen die Schwestern die Spielregeln, an die sie sich halten müssen. Doch als ihre Mutter ihnen ein Geheimnis offenbart, wird den Mädchen schnell klar, dass sich ihr Leben bald vollkommen verändern könnte. Und nun muss Elisabeth mehr denn je fürchten, dass ihre verbotene Liebe zu den mittellosen Willen entdeckt wird. Und dann wäre nicht nur ihre Zukunft, sondern auch die ihrer Familie für immer ruiniert. Und oh mein Gott, ich finde, das klingt so gut. Also ich bin absolut glücklich, dass ich diese Bücher ergattern konnte. Und ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube, es geht in jedem Buch um eine der Schwestern, glaube ich. Oder um dieselben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich möchte mich ungern spoilern, deswegen lese ich den Klappentext jetzt von den anderen Büchern nicht. Aber ihr wisst auf jeden Fall schon mal was über den ersten Teil und ich bin sehr gespannt auf die Bücher. Dann habe ich bei Chibu gekauft oder wie auch immer man es ausspricht. Ich bin mir nicht sicher, ich meine nicht Chibo, sondern Chibo. Da kriegt man Mängelexemplare her. Und da musste ich einfach zuschlagen, denn jemand auf Bookstagram hatte einen 10% Rabattcode. Und ja, dann hat es sich noch mehr gelohnt. Denn ab 20 Euro oder ab 19 Euro sind Versandkosten frei und ich habe 20 Euro für diese beiden Bücher gezahlt. Und die zeige ich euch jetzt. Und ich bin so happy. Und zwar einmal, dieses Buch ist so schwer, es ist riesig und es ist so schwer. Die unendliche Geschichte in der illustrierten Ausgabe. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der unendlichen Geschichte. Und ich musste einfach diese illustrierte Ausgabe haben. Und ja, was soll ich dazu sagen? Sie ist wunderschön. Die Mängel halten sich auch tatsächlich in Grenzen. Der Umschlag ist so ein bisschen lidiert. Also es schaut aus, als hätte man den 20 Mal hin und 20 Mal abgemacht. Aber damit kann ich wirklich gut leben. Und ansonsten, dieses Buch ist so schön. Mir gefällt es so gut. Und als ich gesehen habe, dass es eine illustrierte Ausgabe gibt, wollte ich die auch unbedingt haben. Allerdings sind halt, ich glaube, Originalpreis 35 Euro. War mir immer zu viel. Aber jetzt konnte ich halt nicht Nein sagen. Und das zweite Buch, was bei meiner Chibo-Bestellung mit durfte, ist dieses hier. Und zwar Der Klang der Täuschung. Das ist der erste Band der Chroniken der Hoffnung von Mary E. Pearson. Ich habe die letzten Monate damit verbracht, ihre andere Reihe zu lesen. Und will jetzt halt eben mit einer Freundin auch diese Reihe lesen. Und ja, ich habe für beide Bücher, also für die unendliche Geschichte in der illustrierten Ausgabe und für dieses Hardcover 20 Euro mit Versand bezahlt. Also beziehungsweise es kamen ja keine Versandkosten mit drauf, weil ich über den Mindestbestellwert war. Aber ich habe einfach für diese beiden Bücher 20 Euro gezahlt. 20! Der Originalpreis ist circa 50 Euro. Und ich habe einfach 20 gezahlt. Ich habe weniger als die Hälfte gezahlt für diese Bücher. Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin so glücklich, dass ich das erwischt habe. Und falls ihr Chibu noch nicht kennt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Weil, ja, also solche Schnapper kann man sich ja wirklich nicht hingehen lassen. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und zwar Ella Löwenstein. Und ja, das Buch ist ein Kinderbuch. Das habe ich netterweise eben als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Habe ich auch schon gelesen. Und ich kann euch sagen, es ist eine zuckersüße, ja, Kinderbuchgeschichte. Ich würde sagen, so ab 8 Jahren. Es geht um Ella. Ella ist eine Feenflüsterin. Und auf dem Nachhauseweg von der Schule verfolgt sie einen Troll und ein kleiner, lilaner, fliederner Kobold. Und ja, sie geht dann in die Welt, in die Anderwelt. Und dort erlebt sie dann etliche Abenteuer mit dem kleinen Kobold Kasimir. Und ja, es ist einfach ein zuckersüßes Buch. Und danke nochmal an den Verlag. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und es hat mich auch wirklich sehr gut unterhalten. Als nächstes möchte ich euch ein Buch zeigen, was ich vorbestellt habe. Und zwar New Horizons von Lily Lucas aus dem Knauer Verlag. Und das ist der vierte Teil von der Green Valley Reihe. Und hier geht es um Annie. Annie hatte einen sehr schweren Unfall und lag dann eben ganz lange im Koma. Und als sie erwacht ist, kann sie halt irgendwie gar nichts mehr und muss alles neu lernen. Dabei möchte sie eigentlich nur wieder zurück in die Autowerkstatt von ihrem Vater und dort arbeiten. Und dann haben wir noch den Netflix-Star Cole Jacobs und der versteckt sich nach einem Fehltritt in Green Valley. Und beide müssen dann irgendwie das Weihnachtstheater organisieren. Und somit lernen sie sich kennen und man muss mal gucken, was sich dann zwischen den beiden entwickelt. Ja, also ich bin ein unheimlich großer Fan von der Green Valley Reihe. Und auch dieser Band musste einfach bei mir einziehen. Da gab es kein Wenn und kein Aber. Und es ist natürlich auch signiert worden, weil ich es mir vorbestellt habe. Und ich freue mich wie ein kleines Kind und ihr könnt es gar nicht sehen. Und ich bin total glücklich. Ich freue mich da total drüber. Ein weiteres Buch, was ich vorbestellt habe, ist das neue Buch von Tammy Fischer. Und zwar dieses hier, A Whisper of Stars. Das ist der erste Teil einer Dialogie, glaube ich. Und hier geht es um Liv. Und Liv wohnt auf Haiwaiki mit ihrem besten Freund Finn. Und sie glauben nicht mehr an diese ganzen alten Sagen und Ahnengötter. Und ja, am Sternenfest ist es dann aber so, dass ein Fremder die Insel betritt. Und auf einmal werden uralte magische Kräfte entfesselt. Und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Und ja, die zwei werden von einem Jäger verfolgt und begeben sich eben auf ein Abenteuer, wo es eben keinen zurückgibt. Und ja, es klingt meiner Meinung nach unheimlich spannend. Ich möchte es auch im April lesen und ich freue mich so, so sehr. Und im Übrigen, da sind so coole Charakterkarten dabei gewesen bei der Vorbestellung. Und deswegen musste ich es auch einfach vorbestellen. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von Tami Fischer. Ich mag ihre Fletcher University Reihe total gern. Habe ich alle drei Teile auch schon gelesen und freue mich da wirklich sehr auf ihr neues Buch. Ein Buch, auf was ich mich so sehr gefreut habe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf dieses Buch gefreut habe. Ist das neue Buch von Gabriela Santos de Lima. Und zwar Flaming Clouds. Das lese ich tatsächlich momentan auch und ich bin total begeistert. Ich habe tatsächlich kurzzeitig ein bisschen Angst bekommen, weil ich Rezensionen gelesen habe und die waren überhaupt nicht gut. Und ich kann diesen Rezensionen nicht zustimmen. Nein. Es ist so, so gut. Es geht hier nämlich um unsere Flugbegleiterin Olivia. Und sie hasst ihren Job und möchte eigentlich, ja, sie zählt die Tage, bis sie da nicht mehr arbeiten muss. Und dann haben wir noch Nick, einen frisch ausgebildeten Piloten und die zwei treffen aufeinander. Und Nick ist eigentlich gar nicht so richtig begeistert von seinem Job, sondern eigentlich ist er ein Künstler. Und ja, Olivia und Nick nähern sich an, verlieben sich vielleicht auch ein bisschen ineinander. Aber Olivia ist sich nicht sicher, ob sie auch wirklich ihr Herz in Nicks Künstlerhände legen kann. Und ja, ich finde das Buch so schön. Oh Gott, Leute, wenn ich euch ein Buch empfehlen kann aus diesem Video, dann dieses. Weil ich das halt einfach gerade lese und einfach voll drin bin und ich diesen Schreibstil absolut liebe. Und dieser Schreibstil ist so besonders. Anders kann ich es nicht sagen. Und deswegen schaut euch das Buch auf jeden Fall mal näher an. Und ich freue mich da auf jeden Fall drauf, das zu beenden jetzt demnächst. Und ich freue mich auch auf die nächsten Teile dieser Reihe. Dann kommen wir zu einem weiteren Rezensionsexemplar. Und zwar von Maike Foss Without You. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe das Buch noch nicht begonnen. Es ist am 18. März erschienen. Und heute haben wir den 21. März. Also noch ist es ungelesen. Aber das wird sich auch ganz bald ändern. Denn ich habe mich so sehr auf diese Erscheinung gefreut. Ich wollte es schon signiert nochmal bestellen, weil ich es unbedingt signiert haben wollte. Und siehe da, es ist schon signiert. Ich freue mich so sehr. Danke an den DTV-Verlag. Ich habe mich unheimlich gefreut. Und ja, es geht darum, dass Luna ihren ersten Unitag in Hamburg hat. Und dort begegnet sie Ellie, ihren Exfreund. Und auf einmal sind diese Gefühle wieder da. Und sie muss sich jetzt ihrer Vergangenheit stellen. Denn sie hat Ellie damals sehr überrumpelt verlassen. Weil sie nicht anders konnte. Und ja, das ist, ich weiß nicht. Das hört sich vielleicht jetzt wirklich nicht spektakulär an. Aber ich habe schon ein Buch von Maike Voss gelesen. Und ihr Schreibstil killt einfach alles. Ihr erstes Buch, wo es da... So sieht es also aus, wenn ein Glühwürmchen stirbt. Ich glaube, so heißt das Buch. Ist auch im DTV-Bolt-Verlag erschienen. Und dieses Buch lässt mich bis heute nicht los, weil das Ende so krass war. Es war so krass. Und ich freue mich so sehr auf das neue Buch von ihr. Und ja, weiter geht es mit zwei Büchern, die ich gebraucht gekauft habe. Und zwar von Tanja Wosen. Von Tanja Wosen habe ich bis jetzt nur New Adult bzw. Young Adult Bücher gelesen. Aber ich wusste schon, dass im Arena Verlag Kinderbücher von ihr erschienen sind. Und die wollte ich unbedingt haben. Allerdings kam es nie dazu, dass ich sie mir gekauft habe. Aber wie soll es anders sein? Natürlich, ich habe sie gebraucht gefunden. Und zwar die Zuckermeister. Das ist einmal Band 1. Und ja, der musste einfach mit. Und schaut mal, wie hübsch das ist. Ich finde das so hübsch. Wirklich wahnsinnig schöne Kinderbücher. Und selbstverständlich dann auch Band 2. Und ja, ich lese euch mal eben kurz vor, um was es geht. Und zwar. Seit Elina denken kann, behaupten die Menschen von Belloni, in ihrer Heimatstadt gäbe es echte Wunder und Magie. Doch Elina hält das alles für Quatsch. Ihr Leben ist völlig magiefrei. Das ändert sich schlagartig, als ihre Mitschülerin Charlie eine seltsame Schokolade isst. Erst redet sie nur noch unvollständiges Zeug und dann läuft sie sogar grün an. Ob an der Legende um die magischen Süßigkeiten von Madame Pichot doch etwas dran ist? Ausgerechnet der verschlossene Robin scheint mehr darüber zu wissen. Um Charlie zu helfen, folgen sie dem Rätsel eines Süßigkeitenkoffers zum geheimnisvollen Museum der Zuckerkünste. Die Zeit rennt, denn die drei sind nicht die einzigen, die diesen Ort der Wunder suchen. Und ich finde, das klingt so süß und ich freue mich da wirklich unglaublich drauf auf diese Bücher. Und ich bin echt sehr froh, dass ich die gebraucht für einen echt Spitzenpreis ergattern konnte. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich noch nicht hier habe. Aber das ist ein Rezensionsexemplar und ich gehe davon aus, dass das nächste Woche bei mir ankommt. Und deswegen packe ich das jetzt einfach noch mit in das Video rein, weil es wird noch im März bei mir ankommen. Und ja, die Rede ist von Jene Nacht ist unser Schatten. Hier geht es um zwei Jugendliche und einmal um Jess und um Lukas. Und die beiden verbindet ein sehr traumatisches Erlebnis, denn ihre Brüder wurden bei einer Schießerei in einem Kino umgebracht. Und seitdem ist es so, dass Lukas ganz doll Schuldgefühle hat und seine Eltern ihn sehr behüten. Und bei Jess ist es genau andersrum. Ihre Mutter kümmert sich gar nicht um sie, denn sie hat Depressionen. Und sie treffen dann aufeinander und als sie sich begegnen, kommt dieser ganze Schmerz wieder hervor, der eben dieser Tod von den Brüdern ausgelöst hat. Und ja, sie begegnen sich und sie fragen sich dann auf einmal, ob sie als Überlebenden denn eigentlich glücklich sein dürfen oder eben auch Liebe empfinden dürfen. Ja, und ich finde, das Buch klingt sehr tiefgründig und ich erwarte mir da auch tatsächlich eine sehr tiefgründige Geschichte. Ich bin unglaublich gespannt auf dieses Buch und freue mich, dass ich es als Rezensionsexemplar lesen darf. Weiter geht es mit einem Rezensionsexemplar und zwar von Sarah Heine. Und zwar Feels Like Love. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Und ja, es geht hier um Mila und um Leo. Mila zieht nach Berlin und ist komplett überfordert von dieser ganzen Großstadt. Und ja, dann trifft sie aber eben auf Leo, der ein junger Modedesign-Student ist. Und er führt sie halt so ein bisschen in Berlin rum und zeigt ihr alles. Und ja, sie verliebt sich dann unglaublich schnell in ihn. Und ja, dann findet sie aber halt heraus, dass sein Leben doch nicht so rosa-rot ist, sondern dass da ein Schatten drüber liegt und das gefährdet die gemeinsame Zukunft zwischen den beiden. Und ich bin unglaublich gespannt auf dieses Buch. Ich kenne ja die Autorin schon von ihren Büchern aus dem Lyx-Verlag. Und die mochte ich wirklich sehr gern, beziehungsweise das mochte ich sehr gern, denn ich habe bis jetzt nur What If We Drown gelesen. Und ja, ich freue mich auf das Buch von ihr und ja, bin sehr gespannt. Außerdem habe ich weitere Mängelexemplare geshoppt. Und zwar bei einem kleinen Shop, den ich euch unten mal in der Infobox verlinke. Und zwar kein Avel und kein Chibo, sondern das ist eine One-Woman-Show. Und normalerweise geht die Frau öfter mal auf so Buchmärkte oder allgemein auf Märkte und verkauft dort ihre Bücher. Dank Corona ist es natürlich ein bisschen schwierig in der momentanen Zeit. Und ich habe schon öfter mal bei ihr Bücher bestellt und auch jetzt war es wieder soweit. Ich habe einfach 13 Bücher bei ihr gekauft für einen super Preis. Und ich muss dazu sagen, ihr Shop ist so cool. Da gibt es nämlich Bücher, die es bei Avel oder Chibo nicht gibt. Und deswegen habe ich da auch so zugeschlagen, weil ich diese Bücher schon lange gesucht habe. Eben auf Avel oder Chibo oder auch Gebrauch bei Ebay Kleinanzeigen. Und da war es wirklich Fehlanzeige. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Und deswegen bin ich so ausgerastet bei ihr. Und ich kann euch den Shop wirklich nur empfehlen. Der Versand geht super schnell. Die Preise sind wirklich gut. Und die Zustände der Bücher sind auch wirklich genauso gut wie bei Avel oder bei Chibo. Teilweise würde ich fast sagen ein bisschen besser. Und die Auswahl ist wie gesagt auch besonders. Und es gibt wirklich Bücher, die es halt eben bei Avel oder Chibo nicht gibt. Und hauptsächlich hat sie im Programm Jugendbücher und Kinderbücher. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch das mal. Es sind wirklich etliche, wie gesagt. Zum einen haben wir hier Teil 3 und Teil 4 von der Duftapotheke. Die Bücher habe ich, wie gesagt, schon länger gesucht. Und bin jetzt sehr froh, dass ich die Bücher bei ihr gefunden habe. Da hat ein Buch, glaube ich, 7 oder 7,50 Euro gekostet. Und normalerweise kosten sie 14 Euro. Und das hat mich wirklich vom Hocker gehauen, weil die Bücher wirklich in einem hervorragenden Zustand sind. Dann habe ich mir noch bei ihr gekauft von Alana Falk. Und zwar Teil 1. Das ist einmal Cursed Kiss. Und ja, normalerweise 18 Euro bei ihr, 10 Euro. Und der Zustand, ich finde keine Mängel, bis auf, dass es da unten so eine minimale Delle hat. Also wirklich minimal. Und halt natürlich der Mängelexemplarstempel. Ansonsten hat das Buch gar nichts. Und auch der zweite Teil, Lost Love, hat meiner Meinung nach überhaupt keine Mängel, bis auf eben diese kleine Delle hier unten. Und das war's. Es ist einfach faszinierend, wie gut diese Bücher in Schuss sind. Und ja, auf die Bücher freue ich mich wirklich total. Denn ich habe schon echt viel darüber gehört. Ich lese euch eben mal den Klappentext vor. Und zwar, Einziger Kuss würde sein Schicksal besiegeln. Und ich finde, das klingt so gut. Und deswegen, ja, musste ich da einfach zuschlagen. Außerdem habe ich bei ihr eine komplette Reihe ergattert. Und sowas mag ich ja immer total gerne. Denn ich habe ja immer gern alle Bücher von einer Reihe schon mal hier stehen. Einfach nur sicherheitshalber, was totaler Quatsch ist. Aber das ist meine Logik. Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich bei ihr eine gesamte Reihe, eine Kinderbuchreihe ergattern, die ich wirklich sonst noch nirgends gesehen habe. Und für die noch ein unglaubliches Geld verlangt wird gebraucht. Deswegen bin ich wirklich total froh, dass ich euch die jetzt zeigen kann. Und zwar ist die Rede von Woodwalkers. Und ja, diese Bücher, also es sind insgesamt sechs Stück. Und sie sind einfach, wie gesagt, auch hier einfach fast mängelfrei. Bis auf, dass da unten, wie immer, so eine ganz kleine Delle ist. Bei manchen Büchern ein bisschen mehr. Und bei anderen dann wiederum fast gar nicht. Und wie gesagt, das sind einmal, wie gesagt, alle sechs Teile. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe sie jetzt hier einmal komplett. Ich zeige sie euch im Schnelldurchlauf. Und ich freue mich da wirklich total drüber, dass ich die jetzt einfach in einen Rutsch kaufen konnte. Ich lese euch mal eben den Klappentext von Teil 1 vor. Und zwar. Auf den ersten Blick sieht Carrick aus wie ein ganz normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis. Carrick ist ein Gestaltwandler. Halb Mensch, halb Berglöwe. Ist er in der Wildnis der Rocky Mountains aufgewachsen und lebt erst seit kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist für ihn so fremd wie faszinierend. Doch erst als Carrick von der Clearwater High erfährt, einen geheimen Internat für Woodwalker, wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly einen frechen Rothörnchen und Brandon einen schüchternen Bison, findet er schnell Freunde. Und die kann Carrick gut gebrauchen. Denn die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren. Und ich finde, das klingt wirklich richtig cool und richtig so, dass es mir gefallen könnte. Es klingt nach einem coolen Kinderjugendbuch. Und ja, ich bin unglaublich happy. Und mal abgesehen davon, ich finde, die Bücher schauen auch einfach richtig cool aus. Und dann als letztes für dieses Video möchte ich euch noch eine fast komplette Reihe zeigen, die ich eben auch bei ihr gekauft habe. Und zwar ist das einmal die Seawalker-Reihe. Seawalkers-Reihe. Und das sind diese hier. Das sind insgesamt vier Teile erschienen. Und ich konnte bei ihr jetzt drei Stück ergattern. Und ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und die Bücher auch hier haben kaum Mängel, wie gesagt, außer vielleicht da unten so eine kleine Delle. Das war es auch schon. Ich sehe sonst keine Mängel an diesen Büchern. Und ich freue mich da so sehr, dass ich die einfach jetzt so in einem Schwung bei ihr gattern konnte. Und wie gesagt, für einen unschlagbaren Preis in einem grandiosen Zustand. Ich verlinke sie euch, wie gesagt, unten. Im Übrigen, das ist keine Werbung. Ich habe die Bücher selbst gekauft, selbst bezahlt. Ich werde nicht bezahlt, dass ich ihren Shop hier erwähne. Ich mache das nur, weil ich den Shop A mag und dort schon öfter bestellt habe. Und zweitens, weil ich sie einfach unterstützen möchte. Einfach, weil die Zeit momentan mit Corona einfach nicht leicht ist. Für jemanden, der so eine One-Woman-Show macht. Und ja, außerdem bin ich einfach von den Büchern begeistert. Und wenn ich von was begeistert bin, warum sollte ich es euch nicht empfehlen? Ich möchte euch noch den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Das ist dieser hier. Und zwar, für Thiago ist es ein Schock, als er bei einem Ausflug ins Meer herausfindet, dass er ein Seawalker ist. Ein Gestaltwandler. Und was für einer. In seiner zweiten Gestalt als Tigerhai wird er sogar von seinesgleichen gefürchtet. Auch an seiner neuen Schule, der Blue Reef High School für Meereswandler, findet Thiago nur schwer Anschluss. Einzig das fröhliche Delfinmädchen Shari hat keine Angst vor ihm. Doch während die beiden sich anfreunden, taucht plötzlich Puma-Wandler Karak mit einem Spielzeug-Spezialauftrag auf. Thiago und Shari sollen ihn auf der Suche nach den seltenen Florida Punters in die Everglades begleiten. Ein Tigerhai und ein Puma gemeinsam in den gefährlichen Sümpfen. Ob das wohl gut geht? Das ist natürlich so eine Spin-Off-Reihe, die irgendwie parallel zu der Woodwalkers-Reihe verläuft oder anschließt auf jeden Fall. Und deswegen bin ich noch froher im Endeffekt, dass ich beide Reihen ergattern konnte. Und ja, das war es jetzt im Endeffekt auch. Das waren jetzt 28, 29 Bücher. Ich bin wirklich sprachlos. Des Weiteren ist übrigens noch ein Buch auf den Weg zu mir. Das habe ich Gebrauch gekauft und zwar Legend Band 2. Das ist aber leider noch nicht angekommen. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal noch nicht erwähnt. Das werdet ihr dann, wenn es ankommt, im Neuzugänge-Video vom April sehen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Lasst mir, wie gesagt, immer mal wieder Kommentare da, wie ihr das so findet, wenn ich euch ein bisschen mehr über die Bücher erzähle. Oder ob ich es wirklich ganz, ganz kurz halten soll. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald! Bis bald!